So ist das nämlich. So, wir kochen. Wir haben... ...das da? Huh! Das ist doch so real! Oh, man! Oh! Oh! Och, das ist doch fies! Och, das ist doch fies! Jetzt hab ich Hunger. Äh. Warte, aber wir haben doch jetzt schon morgen, ne? Aber wir sollten trotzdem... Ja, warte. Äh, Fähigkeiten ausstatten? Können wir, glaub ich, nicht wirklich viel mitmachen. Dann ruhen wir uns mal bis zum Morgen aus. Nice. Und ich bin schön überladen. Ach, Luna schon abgeschlossen. Okay. Perfekt. Äh, nochmal. Kann ich jetzt mit der Karte vielleicht hier so irgendwie so hinreisen oder so? Nee. Juh, dann müssten wir den ganzen Weg hier einmal so rum und da wieder runter. Ich bin komplett überladen. Das wird dauern. Äh. Oh, das ist ja auch mal noch auf. Geht doch. Legt damit. Kann ich denn vielleicht irgendwie Gegenstände schon mal abgeben? Irgendwas, was schwer ist. Irgendwas, was schwer ist. Weil das ist ja auch mal abgeben. Ich glaube, das kann man oben sehen. Das ist ja auch mal auf. Das ist ja auch mal abgeben. 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 Wir könnten die Feuerfeile Luna geben. Kann ich wahrscheinlich schön benutzen. Und dann haben wir zu viel von dem Zeug hier dabei, ne? Viel zu viel. Okay. Dann wird zumindest wieder nur schwer. Ach, hey. Haben wir hier? Hallo. Hä? Ähm. Nee. Habt ihr hier zufälligerweise einen Dieben oder so drin? Okay, gut. Ja, ja. Wir gehen schon. Wir gehen einmal hier oben rum. Ich hoffe, ist ja gut. Nicht so viel hecheln. Das ist auch nochmal ein Lager. Das ist schön. Was haben wir hier noch? Oh, habt Ruhe. Einfach alles mitnehmen. Einfach alles mitnehmen. Äh, was war das jetzt? Ah, kommt jetzt. Ja, finde ich auch großartig. Habt ihr gut gemacht. Ich muss noch Stuff mitnehmen hier. Und noch lesen. Was soll ich an einem Tagebuch eines Reisenden? Zweifel, dass jemand mir glauben würde, doch ich muss diesen Bericht von dem, was ich sah, niederschreiben. Ein Gigantus wandelte auf Erden. Soll ich ihn sonst beschreiben? Jeder Schritt erschütterte den Boden, sein ferner Kopf teilte die Wolken. Ich weiß nicht, woher er kam, nur dass eine furchtbare Macht ihn zum Leben erweckt haben muss. Ob von einem Gott oder Drachen. Oder von etwas Jenseits aller Vorstellungskraft. Gigantus. Ach, Mann. Was der sich dann weggedreht hat. Schnelle Gegner sind halt ein bisschen zu mies. Die sind echt noch... Ach. So, also irgendwas hat er hier noch gesagt, oder? Da wäre noch was. Was hat er da gemeint? Sammeln von Zutaten. Ja, wo denn? Ich verstehe es nicht. Oh, mein Gott. Ah, herrlich. Ich bin doch nur Maja. Warum muss ich hier tanken? Hier laufen wirklich die ganze Zeit Vasallen rum, ne? Das muss man halt auch ehrlich sagen. Da kann man alle mitnehmen. Theoretisch. Theoretisch. Let's go. Der Eiszauber, der... Äh... Der Eiszauber geht auch ein bisschen schneller als der Feuierzauber. Ich bin jetzt so hundertprozentig... So hundertprozentig sicher bin ich dann nicht. Ist hier auch noch ein... Hier ist auch noch ein Lager. Da waren so viele Lager. Und dann müssten wir dann noch einmal sterben. Why do? Oh, mein Gott. So, nice, ge-cleaned. Einfach die Kobold-Hörner mitnehmen. Okay, und dann weiter runter. Auch noch welche. Rein da mit euch! Rebt es auseinander! Wieder abgebrochen, weil ich irgendwo runtergefallen bin. Danke. Dann bin ich wieder zu weit weg. Oder? Ne, ich glaube, das hat sogar gesessen. Weg mit dir! Eis! Schön, schön, schön. So. Da kommen wir ja so langsam wieder auf die Wege. Äh, so, wo genau ist jetzt... Genau, links von uns können wir hier mit der Brücke dann... Äh, rechts quasi. Danke fürs Helfen. Ich bin halt ein alter Mann. Ich bin relativ schnell außer Atem, okay? Oh, was sagst du? Ach. Es sind ja gar keine Kobolde, sondern Goblins. Er sagt doch, Goblin des! Und nicht Kobold des! Ähm... Ich glaube, wir sind jetzt noch weiter hoch, oder? Äh, wir sind hier der... Achso, nee, hier ging's, glaube ich, lang, ne? Hier ging es nach oben. Nochmal ne Karawane. Der man gehen... Mit der man gehen kann, vor allem. Der mit dem er fahren kann. Finde ich auch nice, dass man so ein System hat. Kommen wir zurück, Jörg. Brauchst noch ein bisschen Heal. Sehr schön. Good boy. Und, da sind wir wieder zurück. Aha. Ah, da fangen die Frames wieder an, so ein bisschen zu droppen. Okay. Äh, wo genau? Warte mal. Ist hier was gewesen? Hallo? Habt ihr hier ne Druhe? Ne, da war eine Leiter, ne? Hier. Ja. Geh mal weg da. Was können wir mit der Leiter machen? Nix. Auch gut. Gut. Äh... Ich glaube, dann können wir hier... ...zu ihm? Oder war das der Schmied? Ja. Äh... ...Mangelstab überreichen. Zack. Liefern. Jawohl. Bitteschön. Okay. Oh, ja, ja, ja. Gar kein Problem. Äh... Wir wollen Erzmagier machen. Ja, wir wechseln die Laufbahn auf den Erzmagier. Äh... Um mächtige Zauber zu sprechen, selbst die... Äh... Jawohl. Ja. Please. Ja. Kampfgrundlage. Laufbahn geändert. Erzmagier führen Magierstäbe, um eine große Vielfalt an mächtigen Zaubern zu wirken. Ihre Magie kann das Blatt im Kampf nur ändern, da sich Schaden über eine große Fläche austeilen oder mehreren Gegner Schwächungen hinzufügen. Zauberen nirgten jedoch Zeit, soll in sicheren Positionen ausgeschehen, damit der Zaubernde nicht verbundbar ist. Y gedrückt, um Aufrütteln zu nutzen, rasch Ausdauer wiederherzustellen. Mächtige Zauber zu wirken ist anstrengend und verbraucht große Mengen an Ausdauer. Sie werden, dass die Magie zur Verwürgerung steht, wenn du sie im Trägersten brauchst. Behalte deine verbleibende Ausdauer im Auge und benutze sie nach Bedarf. Zaubern. Zauber müssen gesporen werden, bevor sie gewirkt werden können und je komplexer oder mächtiger Mie, umso mehr Zeit benötigen sie, um sie zu sprechen. Sprechen von Zaubern macht dich jedoch angreifbar, also pass auf, wann und wo du zauberst. Kannst dich bewegen, während du einen Zauber sprichst, aber es erhöht die Zeit bisher bereit ist. Äh, ja. Okay, Hilfebeschwörung. Angriffszauber müssen vor dem Einsatz einige Zeit beschworen werden. Näherst du dich einem beschwörenden Magier, so kannst du ihm helfen, seinen Zauber schneller zu wirken, indem du dieselbe Magie anstimmst. Diese Hilfsbeschwörung ermöglicht es, mächtige Zauber mit größerer Häufigkeit zu wirken. What? Ähm, ja. Ah, der ist halt ein bisschen besser, ne? Schade. Naja, macht nix. Uwe ist jetzt ein Erzmager. Salamander. Äh, beschwört eine Flamme, die sich am Boden vorwärts bewegt. Die Flamme verweilt einige Zeit, fügt einstehend in diese Brücke und die Schaden zu. Und das Zauber ist gar eine Tast... Okay. Eine Donnermine. Das haben wir schon mal. Brand haben wir damit auch dabei. Dann holen wir das doch mal mit. Jawohl. Machen wir das da mal rein. Äh, explodierender Blitz. Ja gut, okay. Das kann man mal mitnehmen. Das setzen wir hier rein. Äh, dann kaufen wir uns noch das da. Wollen wir es können. Und Donnermine. Bei Aus... äh... Eisbrocken will ich ihn mitnehmen. Vielleicht nehmen wir noch... Nee, komm. Abbrechen. Nice. Und wir gehen natürlich die... So. Uh. Ah, wir haben jetzt automatisch auch die Magier-Sachen dann bekommen. Das ist natürlich geil. Die sind natürlich ein bisschen besser, ne? I like. Äh, die müssen wir dann noch aufwerten gehen. Das Ding ist, wir haben natürlich jetzt... Haben wir... Haben wir das Großschwert auch, äh? Haben wir nicht auch... Nein. Okay. Okay. Ich kann aber... So. Für meinen Hauptverfahren kann ich die Laufbahn, glaube ich, auch nicht mehr ändern, oder? Ja, nicht so. Wird es eigentlich sicher? Das ist denn der gute Jörg. Hm. Okay. Bin ich gespannt, ob man für Jörg vielleicht auch noch die Dings ändern kann. Auf jeden Fall sind wir schon mal gut dabei. So, was haben wir jetzt? Ring Magier Stab und okay. Das Problem ist, wir haben den Wir haben den Magierstab zwar gebracht, aber ich wüsste nicht, wo das Großschwert sein soll. Das steht nämlich nirgendwo. Und er hat jetzt auch nicht gesagt, dass wir das abgeben können. War das jetzt ein oder oder war das ein und? Und? Ich glaube, ich werde euch etwas über die geschlorene Lieferung erzählen können. Achso, warte, okay. Dann sollten wir wieder zum Schmied gehen. Äh, der wo auch immer ist. Äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Wo ist denn jetzt wieder der Schmied? Andere das da. Äh, Change-Dingen. Was ist denn der Schmied? Ah, Rodericks Schmiede. Okay. Äh, da runter, wenn ich das jetzt richtig sehe. Oh. Okay. Mm-hmm. Was sind wir, die? Äh, ja. Ach, guck mal. Also, er ist ja eh hier. Okay. Naja, natürlich. Was hast du denn für mich? Was haben sie denn für mich? 20% Rabatt. Verzehrte Dose. In einem Innenfach kann etwas Kleines aufbewahrt werden. Ich würde mal eine nehmen. Okay. Ja, ja, mach ich. Was ist mit dir jetzt? Oh, du hast... Ja. Was denn? Wieviel braucht ihr es? Ja, habe ich schon gekauft. Ja, hier die verzierte Dose. Ja, habe ich. Ja, ich will hoffen, dass du den irgendwann erwiderst. Ähm. Ja, danke. Hält ihr in einigen Tagen eine Belohnung von Sven? Ach so, warte. Ja, das sollte ich vielleicht nicht ausrüsten. Jetzt. Ja, in den Röhre auf, um meine Belohnung für die verzierte Dose zu erhalten. Yo, kann man machen. Was hier? Was ist mit dir? Was hast du mir? Was passt zu dir? Was du anhast? Hm, weiß ich jetzt nicht. So, wo war jetzt der... Komplett lost. Da ist die Schmiede. Da ist die Schmiede. Äh, hier. Okay, Ausrüstung verbessern. Erstmal mit Gold. Jawohl. Und dann mit Horn. Jawohl. Eine Taurus-Horn haben wir definitiv noch. Nicht erstmal mit Gold. Und dann mit Echsen-Schuppen. Sehr geil. Toxikum-Dingsbumsen haben wir nicht. Äh, ich glaub, der ist sogar... Der ist besser, ne? Pegabeinkleider. 199 Upwehr. 200 noch so... Nee. Hab ich ja einen Fittich. Zack. Nice. Also, warte. Äh, wir können auch von ihm wahrscheinlich noch das Ganze upgraden. Jawohl. Davon haben wir mehr als genug. Uh, davon haben wir sogar auch noch. Dann machen wir das auch noch gleich mit. Jawohl. Kobold Horn. Da haben wir genug davon. Und hier nochmal Kobold Horn. Auch nochmal genug davon. Sehr schön. Kaninchenfell. Okay, wir hatten ein paar Kaninchen auf dem Weg hierhin. Aber die, ähm... Äh, die haben wir nicht ge... Äh... Gesnackt. So. Dann gehen wir noch einmal unser Zeug hier ablegen. Du, 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 du. Wir sind halt wirklich langsam unterwegs, weil wir jetzt so vollgepackt sind. Hallo. Ja, ja. Lager verwalten. Einlagern. Oh Gott. Ei, 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 ei. Äh, äh, alles da weg. Das da kann weg. So, jetzt sind wir wieder sehr leicht. Oder nee, nur leicht. Äh, da kann auch eins davon weg. Jetzt hat er seine Lamp... Jetzt habe ich dem seine Lampe weggemacht. Ähm... Nee, ich glaube, das... Da kann dann weg. Das da passt. What? Die hat ja wirklich schon ein richtig krasses Zeug dabei, ne? Ähm... Entnehmen. So eine Lampe. Kombinieren. Können wir noch ein paar Sachen. Ist das da? Oh, ein Pfeil. Okay. Entgifteter Sud. Das ist ein Pfeil, der kann sagen, explodiert. Mit Lampenohol und verwelkter Zweig. You know what? Let's do this. Alles immer schön kombinieren. Na, weg damit. Jawohl. Und dann haben wir noch eine Lampe zu viel. Und dann haben wir noch eine Lampe zu viel. Nee, nicht rasten. Nee, nicht rasten. Danke. Lagerhalten einlagern. Gut. Jawohl. Ja, ich weiß, wo ich dich finde. Danke. So, perfekt. So, dann würde ich sagen, machen wir mal so für, äh, ein halbes bis Stündchen Pause und ich gehe mal was futtern. Äh, ich habe nämlich schon ein bisschen Hunger. Was haben wir hier noch? Das haben wir noch nicht gelesen. Kassenbuch eines Händlers. Aber wenn Leute in der Taverne über einen Laden drüber in der Ruhestadt reden hören, als Kuriositätenhandel haben sie ihn bezeichnet. Klingt nach nichts Besonderes, aber scheinbar kann man dort Fälschungen herstellen lassen. Das Grimoire, wegen dem ich all mein Gold verloren habe, war wohl eine solche. Vielleicht kann ich mich ja zurückverdienen, indem ich selbst Fälschungen herstelle und dann Sammler verkaufe. Uff. Okay. Okay. Dann suchen wir uns mal gerade so ein schönes Plätzchen, wo wir uns mal hinstellen. Hier so hin. Ich hoffe, wenn man im Dings ist, ist Pause. Aber wir können auch einmal kurz speichern. Jawohl. Perfekt. Gespeichert ist. Und dann, ähm, werden wir einmal kurz ein Päuschen einlegen. von so... Ja. Ich denke, von einem Stündchen. Auch für die YouTube-Leute, wir sind wieder weg. Es geht weiter. Mit dem Grind. Mit dem Guten. Äh, vom letzten Speicherpunkt laden, bitte. Jawohl. So, und nachts das Gasthaus-Sternfall bespricht ich mit Hauptmann Brandt. Spricht ich mit Hauptmann Brandt nachts in der Taverne? Wait a minute. Ähm... Ah! Wir brauchen Nacht. Das Ding ist halt, was ich gerade sehe, oder wo ich das Problem sehe, ähm, ist mit dem... Großschwert und so... und sowas. Wir haben kein Großschwert. We don't... We simply don't have a Großschwert. Ähm... Ich sehe gerade, hier droppt das wirklich richtig heftig mit den FPS, ne? Also, wir haben hier 24 FPS. 24. Ja, da ist eine Leiter, weiß ich. Äh... So. Hm. Wir können nicht nach Krieger wechseln. Weil... Wir haben ja kein... Wir haben das Großschwert nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ausgeschlossen, dass wir das haben können. Jetzt. Dann würde ich einfach mal einen anderen Auftrag aufmachen und würde sagen, wir setzen uns mal irgendwo hin. Ähm... Und ich würde mal kurz gucken. Vielleicht machen wir noch ein, zwei Einstellungen. Wartet mal. Äh... Einmal System. Ja, nee. Option. Anzei... Nee. Äh... Grafik. Ähm... Vielleicht sagen wir noch, dass wir das da machen. Und zwar auf... Ausgeglichen. Aber wenn das halt aus... Das sieht halt... Das sieht halt trotzdem deutlich besser aus. Ich würde nur einmal... Okay. Ich würde nur einmal rausgehen aus der Stadt. Und mal gucken, ob unsere FPS sich actually so ein klein bisschen verbessern, wenn wir aus der Stadt rausgehen. Ich glaube, meine Stimme scheint auch so klein wenig zu versagen. Eieieiei. Kaum muss der Boy mal fünf Stunden reden, ist die Stimme im Eimer. So. Draußen kriegen wir auf jeden Fall 30 FPS hin. Aber das war's auch, ne? 35. Nee. Dann müssen wir actually hingehen. Aber... Äh... Nein. Nichts auf Standard zurücksetzen. Und müssen das da wahrscheinlich auf gute Qualität lassen. Müssen da noch einmal gucken. Ob wir dann... ein bisschen mehr bekommen. 42, 40... 37, 35... Auch nicht so schön? Mhm. Einstellungen. Wie schön. Leistung. Jawohl. Also wirklich viel mehr... Hm. Nee. Also wirklich viel mehr FPS werden das nicht. Mit DS... Äh... Mit DLSS. DLSS. Deswegen lassen wir das... gehen hier einfach von der Bildqualität wahrscheinlich so ein klein wenig runter. Und wir haben genau denselben Effekt. Ist trotzdem, glaube ich, noch schön. Ne? Ja. 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 Kann man machen. Ne? Kann man machen. Ähm... Wir müssen aber trotzdem einmal in die Stadt. Einmal ins Städtle. Wo wir dann trotzdem noch wieder 25 FPS haben. Äh... Aber schon ein bisschen angenehmere 25 FPS habe ich das Gefühl. Ne. Doch nicht. Er meint. Kommen wir hier hin? Ist direkt wieder alles gone. Er macht da Lebenskraft. Er macht da. Wo setzen wir uns denn mal hin? Können wir uns hier hinsetzen? Ne. Das ist nur ein Teppich. Das ist nur ein Teppich. Gemischtwarenladen. Ich habe halt legit das Gefühl. Egal, ob wir jetzt ganz krasse Grafik haben oder nicht. Die FPS sind eh egal. Die gehen sowieso runter. Also würde ich schon fast behaupten. Let's go. Einfach, wir lassen unsere Qualität einfach auf was... Auf maximal. Was geht halt. Äh... Und dann ist es gut. Ne. Bild ändert sich aber nicht wirklich was, ne. Wenn wir das auf gute Qualität zum Beispiel machen. Äh... Nicht wirklich. Ähm... Wir müssen bis abends warten. Bis abends, abends, abends. Äh... Wo ist denn... Einmal hier runter. Hier irgendwo eine Bank oder so, ne. Wir hier nicht eine Bank... Wir müssen uns setzen können. Irgendwo muss doch hier so eine... So eine Bank sein, wo wir uns draufsetzen können. Gasthaus Sternenfall. Das ist auf jeden Fall das Gasthaus, wo wir hinmüssen. Hm... Kann ich denn... Hi. Hi. Runde ausgeben. Ne, Zeit vertreiben. Ja. Wir vertreiben uns ein bisschen Zeit. Ja, natürlich. Sehr schön. Danke. Hi. Ja, perfekt. Mhm. Jo, geh mal nach draußen. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Reitergebach. Äh, sorry. War nicht meine Schuld. Ähm, ja. Mhm. 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 вообще. Super. Mhm. Okay. 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 Okay, dann haben wir raus mit Monsterjagd. Ja, okay. Natürlich. Ja. Okay, da waren wir schon, ja. Okay. Okay. Okay, was haben wir noch hier? Ja, klar. Ja, gib her. Mitternacht und Sonnenaufgang. Untersuchungen durchzuführen, okay. Kann ich denn genau sehen, wie viel Uhr wir haben? Ne, ne? Gut. Ja, dann noch das Letzte. Okay. Okay. Hm, da ist immer schlecht, Gesetze abzuändern, nur weil man gerade lustig ist. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Oh. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal ein paar Monsterjagen, hm? Äh, lassen Sie mich mal bitte durch. Ja, danke. Ja. So. Äh, Monsterjagen. Charakter. In hier einmal raus. Oh Gott. Also, wir müssen wieder zurück in die Mine. Dann haben wir hier was noch. Und dann haben wir ganz hier unten noch was. Eieieiei. Ähm, in die Mine habe ich jetzt gerade im Moment noch gar nicht so viel Lust. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal da hin. Äh. Ja, wenn man hier so die Karte betrachtet, okay. Also, da müssen wir nach oben durchlaufen. Oh. Das wird auch ein längeres Wegchen. Ähm, ich glaube hier unten können wir rauslaufen. Gucken wir mal. Jawohl. Äh, vielleicht sollten wir aber trotzdem noch einmal... Okay. 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 Ein Mann. Okay. Ja, aber was ist ein... Okay. Ein Mann. Ja, ich weiß, was du wirklich nicht mehr so sicher. Ähm. Ja. Okay. Ja. 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 ist natürlich jetzt relativ schlecht kann ich relativ wenig ich weiß halt nicht ob das andere nicht vielleicht sogar warten kann und wir das gar nicht so schnell hingehen machen müssen und könnten erstmal mit seinem karren damit ich bin nicht sicher aber ich glaube wir können erst mit ich glaube wir können mit seinem karren mit wir können sagen okay ja komm fahr mal einmal mit das ist das ist nett okay dann machen wir das mal setzen uns hier mal kurz warten wir mal auf den ochsenkarren ich bin gespannt ja okay wir haben auf den ochsenkarren gewartet dann keine ahnung setzen wir uns jetzt rein ja tak wie sich das mittel um zwischen städten zu reisen diese sind in regelmäßigen intervalen für eine faire summe gold verfügbar du musst nur einen ochsen kann station besuchen das Fahrgeld bezahlen und Abortkläder, dann auch so wir den Rest erlegen. Okay. Wenn du die Reise verbringst, bleibt dir überlassen. Du kannst die Landschaft genießen oder einnicken, um den Weg viel kürzer erscheinen zu lassen. Es gibt jedoch hin und wieder Überfälle auf Ochsenkarren. Auch manche Angriffe, daher ist es stets ratsam, kampfbereit zu sein. Nur für den Fall. Okay. Also wir können jetzt hier auch... Das wäre krass. Das wäre echt cool, wenn wir jetzt hier quasi einfach da mitfahren können. Wollen wir einfach mal ein Stückchen mitfahren? Nice. Wir fahren mal ein kleines Stückchen mit. Wir fahren einfach mal so ein kleines Stückchen mit. Ja, hat er jetzt auch noch? Ach. Ah, der steigt erst mal auf. So. Hopp. Joa, nice. Hervorragende Entdeckung. Okay. Ach, das ist wie so... Das sehen jetzt mehrere Kamerawinkel, die dann immer durchgehen. Oder was ist das? Kann ja natürlich sein, ne? Ich will mal einmal... Irgendwie... finde ich, das sieht nicht so schön aus. Und ich weiß gerade nicht, warum. Und die FPS werden eh nicht besser. Ja, das sieht schon viel, 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 viel besser wieder aus. Hm, hm, hm. Nice. Das finde ich super... Das finde ich echt cool, wenn man dann hier einfach so ein bisschen mit... äh... mitfahren kann. Das wäre actually für den Stream geil gewesen, ne? Wenn wir so eine Fahrt hätten, wo wir irgendwo hinfahren und dann lassen wir einfach... äh... lassen wir einfach Chat die ganze Zeit im Ochsenkarren fahren. Dann nicken wir mal ein. Dann sind wir schneller da. Okay. Ja. Sind wir schon da? Ach, wir sind sogar schon da. Ja, dann, äh... Ab raus hier. Und let's go. Das war ja... Das war ja unspektakulär irgendwie. So. Nehmen wir mal wieder 36, 33 FPS. Wir kriegen halt keine... Wir kriegen halt keine 60, ne? Ist halt einfach so. Aber 30 FPS gehen ja auch schon. Also, jetzt muss ich nur noch den Boy finden. Äh... Wo ist dann der? Ist der vielleicht hier irgendwo? Hallo? Sind sie hier? Oh? Ah. Ruhe. Ruhe. Ähm... Ich glaube, wir haben genug, dass wir einen kombinieren können. Da müssen wir aber noch hingehen. Äh... Ja. Müsste ich den aus dem Lager rausholen. Äh... Mir ist gut gegangen. Mich führt der Hauptmann hierher, der da unten irgendwo ist. Ne. Nicht da unten, aber irgendwo ist der. Äh... Ja, wie ist das? Ja, wie ist das? Äh... 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 Der Baum ist im Vogelnest erreicht, die Klippe zu einer rechten. Der Weg zwar vorne ist besser, aber mein Fischer kennt ihn aber viel besser. Ich auch nicht einzeichnen. Äh, ja, halt, stopp. Äh, erstmal, bevor wir das machen, erstmal muss ich irgendwie den Brief hier abgeben. Ich weiß auch gar nicht, wo der Dude ist. Halt, stopp. Wir machen das gleich. Wo ist, wo ist Le? Wo ist denn der Dude? Wo ist er? Ist er hier? Hallo? Ist er hier? Nee. Äh? Übrigens ist es da aktiv. Ja. Wo ist es? Ähm. Gasthaus. Gasthaus, Gasthaus. Ich kann nicht mit dir hier reden. Ah, nee, du bist es auch nicht. Lass mich mal durch, Bo. Wer ist denn der Kerl? Ja, ja, ja. Ah, hier. Der ist es doch. Ja. Äh. Klar, jetzt aber gerade nicht. Ja, 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 mach ich. Äh, der war es dann doch nicht. Äh. Wer muss denn die... Wer muss denn den Brief bekommen? Ach, ich würde auch dem Dude mit seinem Bruder helfen, aber... Äh. Wo, wo muss der Brief hin? Ja, ich brauche deine Hilfe. Ich will wissen, wo dein Ritter-Dingsbumsen ist.